Was ist das vernünftiges? Oh, warte mal. Man könnte übrigens auch eine eigene Karte schreiben, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. 2 gute Karten dafür, aber ich weiß nicht welche ich nehmen soll. Ach komm, nehmen wir das. Das sieht gut aus. So, jetzt wird es interessanter nach. Nehm ich das, nehm ich das. Ich bin totkrank und meine einzige Chance auf Heilung ist nachhaltige Nukiale Verwüstung. Also, dass das nachhaltig ist. Selbstensiv? Ja, warum nicht? Alles gut? Ein Eiche-Piercing, das. Ja, das ist... 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 So macht man das. Das ist Gedankenübertragung zwischen beiden. Das ist... Das ist abgesprochen. Ich schreibe doch bestimmt nebenbei. Ja, auf jeden Fall. Diese beschüssene, hm, Werbung. Immer diese Belook-Werbung. Wenn das jetzt einer schreibt, gewinne. Ja, 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 ja. Da ist leider geschrieben. Ja, guck mal, er schreibt doch, also, hm, da wird mir mal gedacht. Er braucht ein bisschen länger. Hä, wie wird Belook geschrieben? Ja, das... Ja, das... Oh. Ich mach mal schnell die Klima an. Ich hoffe, man hört das nicht. Brrrrr. Das dürfte eigentlich nicht so laut sein. Diese beschissene... Diese beschissene... Fußfetischisten-Werbung. Hört man das? Hört man das? Ne, ne? Hört man das laut? Das ist gut. Diese beschissene... Der Typ, der auf dem Krankenhausdach in den... Was? Das... Das weiß ich doch nicht, was da einen Typ auf dem Krankenhausdach gibt. Ich hab noch nie so einen Film gesehen, aber... Und ich hab Scrubs geguckt. Diese beschissene... Tequila-Shotten mit Bill Cosby-Werbung. Hm... Fußfetischisten. Yeah! So, machen wir das, Leute. Ich wie die Menschen. So fickt man euch. Die flinken miteinander, also die schreiben sich. Ja. Okay. Wir wollen uns gegen Wissenschaftler haben kürzlich ein Privat... Privativen Stamm entdeckt. Der... Bumpo. Verehrt. Das ist natürlich Bibi, äh... Beauty Palace. Weil sonst macht das ja auch niemand. Gucken wir mal, Professor Patten. Ich hab was Gutes. Das ist immer schön, nichts zu machen. Und einfach den Mäusen zu gucken, was die machen. Das ist immer schön, nichts zu machen. Und einfach den Mäusen zu gucken, was die machen. Doch, da heißt das. So, da ist wir auf der Abend kürzlich einen primitiven Stamm, der... ja... überfüllt worden, vererzt. Kontorfeld. Also, wenn du das Ding voll bekommst, Respekt. Ja, würde ich auch nennen. Internet Explorer... Nee, das tue ich ja schon, das ist ja nicht normal. Intrimitiv, Mann. Äh... Beschissen... Was? Beschissenen armen... Leuten und mit offenen Scheren laufen. Was? Was? Beschissen... Beschissenen armen... Beschissenen armen Leuten, die mit offenen Scheren... Was? Ich versteh das nicht. Äh, dann wird's bald nur gewesen sein. Aber geil. Aber ich fand das eigentlich cool. Wie wird sie mit Primitiv und Internet Explorer, aber... Ja gut, okay, wenn du so nimmst, okay. Okay, ja. Woop... Woop. Einmal, Mann. Was? Einmal, ja... Einmal und dann irgendwas... Und dann... Motherfucker. Passiert, müsst ihr jetzt irgendwas hin, was denn? Ey, das passt... Das passt eigentlich nicht, aber trotzdem ist es geil. Ich nehm' das trotzdem, das passt nicht, aber es ist trotzdem geil. Ich weiß es nicht. Okay. Probier's einfach. Woop, Eime. Mann. Was? Was? Woop, 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 Eime. Oh mein Gott, Leute. Die Nachbarn weiß ich auch nicht, was ist jetzt mit dem Neuen? Okay, okay, gut, okay, aber der Klapp-Punkt ist eine Lüge. Ah. Was ist so grad gut? Ich muss halt überlegen, was kann man denn machen? Wir wissen nicht, was Grinder ist, ne? Die kann die Karte in den E-Werk werfen. Oder? Boah, mir fällt nichts hin, ey. Hä? Hast du's weggemacht? Ach, er kann noch eine andere, ach ja, er kann ja auch eine andere machen. Ich hatte, oh gut, ich hatte was, egal. Mein nächster Anma- Was? Okay, meine Karte passt noch dazu. Ja, gut. Oh, aber die letzte Runde war gut, da hab ich selbst mein Bier ausgespuckt. Das war gut. Ach, das sind alle drei Mäuse. Macht zwar keinen Sinn, aber scheiß so. Meins auch nicht. Kein Ding. Ich hab, ich hatte dazu nichts und ich mir will auch nicht sein, dass die Stimme... Was? Was? What the fuck? Was war jetzt los? Hä, einer ist gelöftet. Mach so, beides raus. Dann müssen wir... Machen wir jetzt ohne Beut weiter. Nein. Woldemords Lieblings... Was... Du bist da dran? Woldemords Lieblingsfluch verursacht... Goblins. Woldemords Lieblingsfluch verursacht... Goblins. Woldemords Lieblingsfluch verursacht... Woldemords Lieblingsfluch verursacht... Freunde, die Snacks wegessen. Oh, das ist schon hart. Das ist ziemlich hart. Mhm. Deswegen hat er auch gewonnen. Oh, da kam noch jemand rein. Jetzt kam... Hä? Jetzt kam zwei rein. Ja, wer ist ein Schnösi. Kein Ding. Ey, spielen wir mit denen. Kein Ding. Ja, keine Ahnung. Die müssen ja von hier kommen. Das mein... Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Das will ich auch selber vorlesen können, aber das machst. Ach so, du... Weiter hat schon was, okay. Also scheißegal, wenn jetzt jemand in den Channel reingekommen ist, bekommt eine Aufnahme. Das ist ja alles auch eine Aufnahme. Das geht auf YouTube hoch. Das sind drei Millionen Leute. Ich bin... Ich weiß nicht mal, was das heißt. Ich weiß nicht, was das heißt. Was? Hier gibt's nur ein Ding, was... Ich weiß nicht, was das heißt. Daneben ist vielleicht... Kenne ich das... Fakt jetzt einfach mal rein. Mal gucken, ob es irgendwie Sinn macht. Ich kenn's halt nicht. Griner? Schnell siehs noch. Ach, ich siehs jetzt schnell? Wie schnell? Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Sein könnte. Wer denn? Schnitzelbart. Ah. Bei denen habe ich damals auch mal gespielt gehabt. So, das... Das hat meine... Was meine Mutter früher zu mir gesagt. Einmal die Vaut in... einer Kiste... gefüllt mit abgeschnittenen Fingernägel... Verwarnt. Ja. Was geht? Freak is. Freak is? Ne, Freak is, oder... Weiß nicht, dass... Ja, mir sagt das was. Weiß nicht, was das heißt. aus dem fenster sexuell bis in 1000 jahren wenn papiergeld nur eine entfernte erinnerung ist wird punkt unserer währung sein aber ich hätte dafür gerade die beste karte würde ich drin sein ich hab was ich hab zwei gut eigentlich ich wüsste nie was ich selber schreiben sollte stein und eine andere karte noch mal jetzt nicht dass man das mal also ich jetzt so die geile karte hätte ich vielleicht noch was ein also meinst du schon fanny aber ich nicht jetzt der oberknaller in 1000 jahren wenn papiergeld nur eine entfernte erinnerung ist wird animes was ist animes ich glaube das ein animes sein ach animes okay glaube ich ich weiß es nicht ja in 1000 jahren wenn papiergeld nur eine entfernte erinnerung ist wird was warum soll das eine währung sein bruder alles hallo das das wollte ich alles hochladen noch das wollte ich hochladen ja aber ganz ehrlich was ist nämlich nösig falsch was hat er alles für karten guckt jetzt mal an das kommt aus einer ära bei dem ey sobald ich kommt man mich immer rum okay ja was oh man kann ich noch was ich würde aber nicht so zwei karten ja damit kriegt man mich wirklich rum dass man dem häuser so extrem der braucht immer so lange der schreibt doch selber bin ich mir sicher wie bekomme ich also ähm um um kreis zu reden dass sie herdplatten abblecken okay okay dann bekommt mich noch immer rum eine vagina die in der wursion führt was hat ich das gemacht man bremst ich voll in der unterwelle ja unterwelle wow furzen nee nee furzen dann in sardinen geil ja das ist nicht schlecht ja so schnell sie wird auch nicht hier drin sein deswegen werden wir auch mal für ihn vorlesen wer oder was hielt mich davon ab die welt zu übernehmen was sag ich das mich so kaputtler alter die karten bei diesem ein wort du denkst in der wasser los das ist ja das passt ja warum erst geworden ist mit ob das gut schmeckt ist eine gute frage ein weiskopf da hat die wibel stimmt das ist ne frage zeige ich ja ja da rupen und den ersten punkt hier sie und beide was ich jetzt gegenseitig hier schreiben wissen ja mhm, high five, bro. Hätte ich gar keine Karte zu glauben. Oh, ja. Oh, ich habe hier so zwei Tissen. Was hast du, zwei Tits? Zwei, ich habe hier zwei Karten, Alter. Ach so. Ja, ich nehme die. Keine Ahnung. Sonst, wenn man keine Idee hat, kann man auch Play Random Cards machen. Dann wird irgendwie nur ausgucken, wie ein Random Card genommen von mir. Warte. Dumbledore's Arme, high five, bro. Okay, das ist geil. Die Armee ist so mit den... Eier. Nee, das sind Arme. Armee wird mit Doppel-E geschrieben. Ach ja, schon. So die Arme nehmen und dann... Oh, Horst, high five, bro. Wie der gute, Alter, Horst. Tuberkulose plus... Horst, 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 Horst. High five, bro. Fast ein Tutzen, aber geil ist das drin. Deine Mutter, high five, bro. Mutter. Was ist los mit ihm? Was ist bei den beiden? Ist Wobben nicht bei uns im Channel noch? Weiß es nicht. Ich glaube, ich bin wach vorher. Ja, wir wurden irgendwo lesen. beides gemütet okay ich musste Pum 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 verkaufen um Pum Pum zu kaufen ja da kann man zwei auswählen okay ach das wird jetzt interessant das wird jetzt richtig interessant oh leul komplette Zerstörung wenn du schon so anfängst oh mein Schnelles ist schnell fertig als Panda das muss ja was heißen ich musste denn sie wohl braucht nach oben das rum dies 1970 Jahr Reich moderator zu kopiert ist es also ja das nicht so ich muss seine Professor Professor von Hladau das soll ich aber nicht verkaufen um eine Art großen ja ob er das war was zu scheiße kaufen um heiße Apfel Taschen zu kaufen oder ich war dazu muss ich sagen meine schwester hat mit drei jahren krebs gehabt das wusstet ihr nicht aber dass die karten vorgeschlagen ist ja es ist okay aber trotzdem greift es mich ein bisschen an ich musste punkt verkaufen um punkt genau das gleiche ja mann mal kann auch wenn ich mal ich kann es mal hörst du ja nach monaten des zaubert drei trainings bin ich endlich bereit für punkt um punkt ich habe einen 80er lied oder so angemacht weißt du jetzt laufen einfach 50.000 von den durch ich habe auch immer so eine 70er 80er playlist ich habe keine pläne einfach eins auf youtube angemachten jetzt kommt einfach nur diese lieder weißt du irgendwelche werden gleich kommt zum beispiel mal bei mir sollte sagt das nächste video okay nach monaten ist aber zauberrei trainings bin ich endlich bereit für gut okay das war jetzt wenn ich endlich bereit für die jetzt ex freunde aus dem leben boxen weil sie auf deine eine r jose er jordans getreten ach so r jones oh wow ne der ist ja schon vorbei eine freche schwarze frau das ist seine fünfte karte mit frecher schwarzer frau man das schreibt er selber das ist auch nichts in der ecke und und so möchte ich sterben ja okay ich hab was ist voll geil aber das kann nicht unbedingt sinn machen muss das so voll alles macht was alter nur ein karte ja das ist karte 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 das ist das was 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 das hat er selbst geschrieben oder nicht nein das war so das war eine karte mir einen Apfelkuchen was ist da los ihr schreibt doch das war klar so wer ist jetzt schnösi Herr Kratz muss neues projekt umfasst neues projekt umfasst neues projekt umfasst okay nimm die äh ja krass ich krieg nicht ein alter ich hab hier mein taschentuch box die ich hab wenn ich meine als das ist nicht leer das ist ja schon krass keine ahnung Herr Kratzen neues projekt umfasst eine kickboxende schwangere frau Prozent in einer Leine an einer Leine so wenigstreich Spinnen Mutanz der Ruhl Schuhe okay okay ich bin nicht unterreden ich hab mir nachbauen Prozent 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 ja die Jahre es gibt keine autistische Katzen ja ich mich all so sie du und ich legen gleich auf Mann ich bin vorletzter hey hey du hast Minzi vergessen er ist auch gleich mhm ist der beste Küsse jetzt schreibt du sie meiner Professor Brandanusin Alter die Karte ist so geil die Karte ist so geil die passt auch einfach so ja passt die ganz aber ist trotzdem gut bei mir selber kann ich auch Karten löschen die ich meine ich nicht mehr brauche ne ja da kriegst du neue mach ich auch ganz oft das hab ich bisher noch nie gemacht weil ich das nie wusste dass es geht Mann das oben X ja ich vor mir Angst dass ich das benutze beide noch ich hab jetzt mal ein paar gelöscht hast du eine Angst vor Xen so gut eine freche schwarze Frau mit zentaueren Pornos und 10 Jahre alter Puppelsammlung ist der beste Küsse das ist nur die ja gut dann brauchen wir nicht weiterreden ja ja Link nicht Zelda ist der beste Küsse ah aha okay Linken oh ja eine romantische Verbindung zwischen zwei Lesben und ihrem Lieblingsesel ist der beste Küsse oh oh der ist hart Frauenwahrrecht und du wirst nicht mehr auf den Deutschen ist der beste Küsse äh ich bin zu dem Esel hingezogen ja so holt man sich die Punkte und holt auf läuft so wenn was haben wir auch für Decks alter guck dir mal rein was wir für Decks alles haben alter Decks so ich würde meinen Sklaven Punkt nennen oh oh jetzt kriegen sie fast alle gleichzeitig rein das ist gut das ist ein gutes Zeichen ich hab da keine Karte für Mann ne 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 Tränen. Alles kennen wir, okay ja. Ah! Oh, Octocook. Echt? Ich hätte Octocook genommen, Alter. Ja, die gab's eigentlich. Ich dachte mir so, man, das passt gerade so gut. Okay, ich bin dran. Ich sauf um Pumpepumpe zu vergessen. Ich gehe mal schnell, Schnösi. Ja, dann war direkt eine so. Klack, fertig. Jaaa. Jaaa, passt. Kann man nehmen. Ich sauf um Pumpepumpe zu... Ich sauf um. Einen Rülpser erwarten oder... Das ist ja euch so wegfallen auf dem Scheiß. Ich sauf um Pumpepumpe... Boah, das ist kacke. Ich sauf um Pumpepumpe. Ich sauf um Pumpepumpe. Was? Okay, okay, mach ich mit. Ja, okay. Ich sauf um... Wie... Was? 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 Das hat doch selber gespielt, nee. Aber überleg mal, der war der schnellste, der fertig war. Nee, das war aber ne Karte, das war ne Karte. Ja, aber trotzdem, der war der schnellste, der muss mir überlegen. Was Ende von Naruto... Naruto ist's. Was? Oh, boah. Jaaa... Oh... Let's go! Warum hab ich eigentlich so'n Städtchen, ne? Äh, du bist der Host. Bin ich? Ja, weil Raub ja rausgegangen ist. Ach so! Ich hätte grad was gutes gehabt. Das Ende von Naruto ist, dass eine Kind absichtlich im Supermarkt vergessen. Okay, geil. Oder, das andere Wort für Gehbehinderte. Oh... Depressive Jugendliche, die sich jeden Tag versuchen, sie selbst aufzubringen, weil sie sich hässlich finden. Da wär echt hier die Hauptrolle dabei. Weiter geht's. Ohhhh... 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 Das war hart. Das ist hart. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Bin ich mein Letzter. Ohhhh... Ist das eine von uns? Daru ist... Daru ist in Japan nur wohlhabend wegen... ...wegen... 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 Wegen beim Analytex zwischen Peter und Darlucat, dass es Kanon platzt. 30 km mexikanischer schwarzer Heroin-Tee. Batman. Nee, Batman. Batman! Batman! Wenn es gleich so eine Art Furzen ist, was da rauskommt. Echt jetzt, äh... Was ist Batman, Alter? Wenn ich das wüsste. Das fand ich einfach... Ey, Batman, voll geil. Was hat Winddiesel zum Mittag gehabt? Oh, 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 oh... Boah, hoffen wir, ich darf ihn ziehen. Oh, 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 oh... Ne, ach, das ist, das ist neu. Das ist... Oh, oh... Alter, ich, ich, boah, ich schwitz gerade... Ja, das ist... Ich muss, ich bin kurz weg. Oh, oh... Battle-Raupe tritt dem Server bei. Battle-Raupe. es ist krank hier es geht auch bald nicht mehr hier so sorry ich bin jetzt wieder da ich muss mal kurz den Ventilator einmachen so bald muss noch bald muss noch das ist so krank okay befehlt rop ropwinner der schreibt bestimmt selber er schreibt jetzt mit sieben im war okay m dauert das ewig so aber man kann auch den zum hausboten aha ja das kann man jemand zum haus roten aber ich weiß wie das geht mit den settings und so deswegen bist du eigentlich jetzt noch da bei uns ist es nicht drin so wenn diesel was hat was hat wenn diese zu mittag gehabt ein hirn tumor lecker schnapp wie das kleine krokodil der 20 cent man muss sein danke haben uns abgesprochen ja so muss es sein also habe ich jetzt langsam ach so ja ich hätte vorlesen müssen alter jetzt schreibt er mir über dings reingekommen keine ahnung ist mir auch egal reingekommen herzlich kommen in der aufnahme sage ich nur 23 reingekommen oder dieser wahl gemütet ja das ist noch gestellt worden also kannst du sich wie kann man das weg machen weiß ich nicht ist bei mir vorweg gegangen du hast dich selbst gebetet wahrscheinlich wollt ihr vielleicht mitspielen bei kann ich nur komplett wenn man kann einen rollen so geht es leute weiß nicht wollte ich mitspielen wir spielen gerade ein bisschen um ganz ganz viel menschen ich glaube ich ich werde erst mal ich werde erst mal hier die die aufnummer was man da brechen oder neben auch kommen kommen ach jetzt ist bald auch noch wieder drin wenn es ja auch noch reinkommen zu das macht umso mehr leute dabei sind umso mehr Spaß macht es also mehr zu lesen müssen karts against humanity brauchst du auch gar nicht es gibt so eine kostenlose seite die haben wir bei gaming reingetan das ist eine astler.info da gehst du noch drauf und dann kannst du das spiel nach free play außer man will ein lobby schnell haben dann muss man 20er bezahlen aber das braucht nur einer in der lobby darf ich schon eine haben es ist so warum ich platzen habe jesus auch hier so ist sie ein titel dann verkaufen und ascha ooooh vorm wald so mit dieser antwort werde ich meine runde jetzt beenden die aufnummern fertig ich habe drei karten zufällig dafür ich habe eine extra da gelassen wusste so eine frage kommen bei der raupe machst du auch mit eigentlich war es geplant dass wir battlefield spielen lassen und kummelig schade die lüge 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 das wäre noch man sie man sie man sie das man sich bei der wäder da schön hallo weit ist da warte bist du überhaupt wenn er oder was wir nicht wohnen ja er hat das nächste mal darf sie jetzt deine frage selber vorlesen doch nene man sieht es ja nicht mit diesem schnösi wer ist das hier oder es ist ja nicht so gut aber ich habe ich habe ich habe ich habe ihn angeschrieben ich werde dann wieder auf einen anderen channel gehen man sie machst du jetzt bitte ja ich war ich war ich habe auch gesagt ich bin kurz auf cover hat es wohl keiner mitbekommen nee jetzt mach du bist noch drin die kannst du jetzt kannst du jetzt noch we like boys und das so